Im heutigen Beitrag zeige ich dir, wie einfach es ist, Kalligrafie zu lernen. Wir lernen hier heute die Grundlagen und alles über das Material. Und natürlich lernen wir, wie wir mit dem Material umgehen. Kalligrafie lernen ist heutzutage wirklich einfach, dank des Internets. Die Digitalisierung macht es leichter, als es jemals zuvor war. Es gibt unzählige Hilfsmittel und dank des Online-Shoppings können wir einfach jetzt alles bestellen, was wir brauchen, was wir halt früher irgendwie nur im schönen Schreibladen um die Ecke bekommen haben, falls es so einen gegeben hätte. Aber ich schweife ab, es geht ja um Kalligrafie. Dank des Online-Shoppings und der Digitalisierung können wir halt alle unser Material einfach online bestellen. Einfach online bestellen und wir bekommen natürlich auch das komplette Wissen auf die Hand. Wir müssen nur googeln und dann zum Beispiel dieses Video finden oder andere Videos oder Übungshäfte oder so. Und wir können direkt anfangen und müssen nicht erstmal recherchieren, ob es denn Materialien gibt, in denen wir Leute fragen. Okay, ich habe jetzt genug vom Internet geschwärmt. Als erstes Hilfsmittel brauchen wir ein Grid. Das ist Neudeutsch und ist im Prinzip ein Raster. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass je nach Schrift, die wir lernen möchten, wir ein unterschiedliches Raster haben. Hier habe ich ein Raster gemacht für eine Schreibschrift, eine englische Schreibschrift. Und hier ist natürlich das Raster ganz anders als auf diesem Blatt, wo wir gotisch Textur schreiben. Also die Raster unterscheiden sich schon extrem. Ich habe unter diesem Video einen Beitrag verlinkt, der ist auf meinem Blog. Und da drin findest du das kostenlose Raster, das ich für die englische Schreibschrift entworfen habe. Also kannst du dir dann kostenlos runterladen. Den Link findest du in der Bio unter dem Video, beziehungsweise wenn du jetzt im Beitrag bist, dann ein bisschen weiter nach oben scrollen. Die große Frage war, wie genau lerne ich jetzt mit diesem Raster oder mit diesem Hilfsmittel Kalligrafie? Du kannst hier zum Beispiel das ausgedruckte Raster unter ein Transparentpapier legen und dann darauf üben. Du kannst üben zum Beispiel mit einem Federhalter oder auch einfach mit einem Bleistift. Das geht natürlich auch. Es geht ja als erstes gerade bei den Schreibschriften, die ja relativ dünn sind, da geht es erstmal um die Form. Und die kann man natürlich auch ganz normal üben. Die könnte man sogar mit einem Fineliner üben, wenn man möchte. Jetzt erkläre ich ganz kurz das Grid, also das Raster. Die Grundlinie ist durch den fetten Strich und Grund markiert, also das Wort Grund. Darauf stehen alle deine Buchstaben. Darüber gibt es die X-Höhe, die mit dem X markiert ist. Dort enden alle kleinen, kleinen Buchstaben wie N, E, C und so weiter. Darüber gibt es die H-Linie. Dort enden die großen Buchstaben. Die K-Linie beschreibt den Endpunkt von auskragenden Buchstaben wie den kleinen T, dem oberen Bogen vom kleinen H und so weiter. Ganz unten findest du die P-Linie, die das untere Ende deiner nach unten auskragenden Buchstaben beschreibt. Also enden dort die Buchstaben P, Q, G und Y und so weiter. Und es gibt ja noch die schrägen Linien auf dem Grid. Sie beschreiben den durchschnittlichen Neigungswinkel deiner Buchstaben. Daran lehnen sich zum Beispiel der runtergehende Strich vom großen A ab oder das kleine H ist daran angelehnt. Ja, also alle Buchstaben neigen sich so in diese Richtung. Und daran kann man sich eben sehr gut orientieren. Und wenn man eine Weile damit schreibt, dann merkt man, dass die eigene Hand sehr gerne von diesem Raster abweichen möchte. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass wenn man jetzt ohne Grid schreibt oder ohne sich genau zu konzentrieren, dann machen die Buchstaben sowas hier. Also die wackeln so hin und her. Und das führt dazu, dass die Schrift eben niemals so richtig ordentlich aussieht. Wenn du damit übst, dann wird sich deine Hand schon bald, ja irgendwann oder bald, an diesen Winkel gewöhnen. Und dann geht es natürlich leichter. Also wir haben uns ja auch daran gewöhnt. Also manche schreiben ja nach links geneigt, manche nach rechts geneigt, manche schreiben gerade. Wir haben uns daran gewöhnt. Und wir lernen quasi nochmal ganz neu schreiben. Und dann lernen wir einen neuen Winkel einzuhalten. Und eins ist natürlich ganz traurig. Wir müssen dafür extrem viel üben. Und ja, von nichts kommt nichts. Aber die Raster helfen ja ganz gewaltig beim Üben. Aber davon allein wird die Schrift eben auch noch nicht schön. Wir können aber, um erst einmal wieder eine schöne Schrift zu erlangen, unsere alte Grundschulschrift üben. Hände hoch, wer von uns in den letzten Jahren nochmal seine Grundschulschrift, also die alte Schreibschrift, geübt hat, um seine Schrift zu verbessern? Nicht? Okay. Also habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Nimm dir einmal am Tag 15 Minuten Zeit. Nimm dir dazu ein Blatt mit Linien oder Karos. Und übe nochmal, dieses Grundschul-ABC zu malen. Also wirklich alle Buchstaben und male sie. Also schreib sie nicht einfach nur hin, sondern sei wirklich ganz achtsam und schreib es ganz langsam. Am besten nimmst du dir einen Füller oder sowas oder einen Fineliner oder irgendwas, womit du leicht schreiben kannst. Also was dir jetzt nicht irgendwie Mühe bereitet. Und das machst du sieben Tage lang. Und am Ende vergleichst du dann mal deine Ergebnisse von Tag 1 und Tag 7. Falls du dich jetzt fragst, warum zum Teufel die Julia vom Farbcafé dir so eine bescheuerte Aufgabe gibt, dann hör zu. Nachdem wir jetzt also eine Woche lang schön unsere Schulschrift geübt haben, ist unser Gehirn wieder darauf konditioniert, schön zu schreiben und auf die Schrift zu achten. Wir haben dann natürlich eine ganz neue Aufmerksamkeit für Schrift allgemein entwickelt und natürlich auch für unsere Schrift. Und vielleicht hast du dann auch gemerkt, dass am Ende der Tage, also bei gleichbleibender Sauberkeit der Schrift, wirst du wahrscheinlich trotzdem schneller geworden. Guck mal, wer uns hier besucht. Jetzt guck doch nicht so missmutig. Dadurch, dass dein Gehirn sich in diesen sieben Tagen so ein bisschen umgebaut hat und hat halt wieder so einen Fokus auf Schrift gelegt. Jetzt können wir wieder anfangen, was Neues zu lernen, also eine neue Kalligrafie. Das ist ja quasi eine neue Schrift, ein Akzent von einer Schrift und da dein Gehirn jetzt schon drauf eingestimmt ist, so okay, wir beschäftigen uns mit Schriften, deswegen wird es jetzt ein bisschen einfacher. So zum Üben ist es natürlich gut, wenn wir einen leicht schreibenden Füller haben, also sowas, was man in der Grundschule zum Beispiel benutzt hat, also unser Jahrgang oder älter. Ich glaube, heutzutage benutzt keiner mehr einen normalen Füller. Hauptsache, es geht dir wirklich leicht von der Hand. Natürlich geht auch ein Bleistift. Damit kann man eigentlich kaum was falsch machen. Spitze ihn ein bisschen an, mach die Spitze so ein bisschen weg, damit es nicht ganz kratzt und dann kannst du damit sehr gut schreiben, üben. Warum wir diesen Unfug jetzt gemacht haben, ist quasi das Gleiche, wie wenn du mit Weitsprung oder Hochsprung anfangen möchtest, aber noch gar nicht laufen kannst. Das heißt, die Grundschulschrift ist unser Laufenlernen und die Kalligrafie ist dann die Kür, wie Rennen, Hochsprung, Weitsprung, irgendwie sowas, was mit Rennen zu tun hat. Die Kalligrafie allgemein hat sehr viele Regeln und es gibt auch mindestens genauso viele verschiedene Schriften. Wir haben die Fraktur, wir haben die Gotisch-Textur, wir haben alle möglichen anderen gebrochenen Schriften, die man früher in Klöstern usw. genutzt hat, um Bücher abzuschreiben. Dann haben wir natürlich noch die englische Schreibschrift, die auch Copperplate genannt wird oder Angläs. Und dann haben wir natürlich noch die Kurrenschrift, die sieht aus wie die Sütterlin, nur in ein bisschen anders, also falls jemand noch diese alte, schöne Schrift kennt aus Deutschland. Wir brauchen für jede dieser Schriften ein anderes Material. So weit, so kompliziert. Haben wir uns generell erst einmal für eine Schrift entschieden, dann können wir auch das richtige Material auswählen. Wir sollten also vorher wissen, möchten wir jetzt gebrochene Schriften schreiben, möchten wir Sütterlin etc. schreiben oder möchten wir Schriften wie die englische Schreibschrift lernen. Wenn wir uns dann erst einmal entschieden haben, dann wird es wichtig, dass wir wirklich ganz viel üben. Und mit ganz viel üben meine ich, dass wir so ungefähr 60 Mal oder so mindestens 30 bis 60 Mal ein großes A malen und ein großes B und ein kleines A und ein kleines B und das wirklich mit jedem Buchstaben machen und dabei wirklich aufmerksam sind. Denn wir können nur gut kalligrafieren, wenn wir ganz genau wissen, wie jeder einzelne Buchstabe aussieht. Wir müssen ihn wirklich komplett in uns aufgesogen haben und erst dann können wir richtig schreiben. Denn wir können ja nur reproduzieren, von dem wir wissen, wie es genau aussehen soll. Wo kann ich Kalligrafie lernen? Das Schöne an unserer heutigen Zeit und am Internet ist, dass wir Kalligrafie ganz einfach zu Hause lernen können. Niemand ist mehr darauf angewiesen, in die nächstgrößere Stadt zu fahren, um sich in Kalligrafie schreiben ausbilden zu lassen. Sei es wirklich in einem Kurs, der wochenlang geht oder in einem Workshop, wo man nur ein bisschen was lernt. Also das fällt alles weg, die ganze Fahrerei und das Rumgesuche und die Zeit, die dabei drauf geht, das fällt alles weg. Wir können alles zu Hause machen, denn es gibt das Internet und es gibt Kurse und es gibt Bücher und wir brauchen nicht mehr durch die ganze Republik zu gondeln. Denn teilweise gab es auch Kurse, die gab es dann nur in der Schweiz oder so oder nicht mal auf Deutsch. Dann musste man nach Frankreich und sich damit rumschlagen und inzwischen, auch wenn man jetzt Material auf Französisch findet, kann man es ja zum Beispiel mit Google Translate einfach übersetzen lassen. So what? Zusammengefasst brauchst du nur das Internet und das Wissen, wo du Wissen findest. Und zu Hause brauchst du natürlich einen Tisch und etwas Platz und ein paar Minuten Ruhe wäre natürlich auch ganz praktisch. Also wenn jetzt die Kinder an deinem Tisch rumschütteln, dann lernt es sich ein bisschen schwer, Kalligrafie. Aber ja, du hast das Prinzip verstanden. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Platz, ein Tisch, der gerade ist und auf geht's. Also zurück zu dem Wissen, was es im Internet gibt. Im Internet wird jetzt immer mehr Wissen vermittelt, dass es früher nur in Universitäten gab. Früher konntest du für horrende Studiengebühren und einen ganzen Studiengang dazu. So was wie Schönschrift oder Kalligrafie lernen. Und jetzt gibt es dafür Onlinekurse. Die sind ganz einfach und bequem. Du bist einfach zu Hause. Das Einzige, was du brauchst, ist Internet und ein Gerät, das Videos abspielen kann. Also meistens sind es Videos. Es ist viel günstiger als ein Studiengang und du musst auch nicht irgendwo anwesend sein. Also die meisten Onlinekurse sind zum Beispiel so, dass du Zugang bekommst und man kann es lernen, wann immer du möchtest. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass Onlinekurse die neuen Vorlesungen sind. Denn als ich noch studiert habe, da haben wir uns immer so gewünscht, dass die Vorlesungen, die zum Beispiel komplett übergebucht waren, also wo 600 Leute in den Raum gepasst hatten, hätten und 2000 Leute aber rein wollen, dass die online übertragen werden, dass man sie sich von zu Hause angucken kann. Das haben wir uns so lange gewünscht. Das wurde leider zu meinen Studienzeiten noch nicht umgesetzt. Aber Onlinekurse sind quasi genau das. What a time to be alive. Wir können echt glücklich sein jetzt. Da fühle ich mich echt wie so ein Urgestein, dass es noch nicht gab, als ich studiert habe. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, ich habe es ja gesagt. Der große Vorteil an Online-Lektionen ist natürlich, dass du immer einen Sitzplatz hast, weil du bist ja zu Hause. Du kannst sie dir anschauen, wann du möchtest, denn sie sind ja aufgezeichnet und nicht live. Es wird keine Zeit verplempert dadurch, dass der Professor einen erstmal umschweifend grüßt und irgendwelche Sachen erklärt, die du nicht brauchst. Das hat alles so seine extra kleinen Lektionen. Und alles, was du wissen musst, ist gegliedert und gut aufbereitet. Nicht so wie es in manchen Vorlesungen oder Unterrichtsstunden ist, da ist alles durcheinander und du musst hoffen, dass du irgendwas Gescheites dabei mitnimmst. Und das Wissen in Online-Kursen wird meistens so ausführlich wie möglich und so knapp wie nötig vermittelt. Damit sind die Video-Lektionen auch meistens recht kurz und übersichtlich strukturiert. Und wenn du halt irgendwas nicht verstanden hast oder unterbrochen wurdest, weil es geklingelt hat oder sonst irgendwas, du kannst dir Video-Lektionen dann immer mehrfach angucken. In welchem Workshop erzählt dir jemand dreimal, wie etwas genau gemacht wird und in welcher Unterrichtsstunde passiert es, dass man mal wirklich nochmal nachfragen kann und in der Uni schon ganz davon zu schweigen. Aber natürlich gibt es auch Workshops in verschiedenen Städten. Du kannst natürlich Kalligrafie auch in einem Workshop lernen. Die sind dann vor Ort, du hast wirklich Leute da, du hast eine Gruppe von Menschen um dich herum, die alle das Gleiche jetzt lernen möchten. Das ist natürlich für manche auch ein riesiger Ansporn zu wissen, okay, ich gehe da jetzt hin und da sehe ich dann 20 Leute und vielleicht wohnen die auch in meiner Nähe und dann habe ich 15 neue Freunde, die auch Kalligrafie mögen. Und dann hat man ein gemeinsames Hobby und dann kann man sich vernetzen und Freundschaften schließen. Das hat natürlich immer seinen Vorteil. Dafür sind diese Workshops dann halt zu einem bestimmten Termin und auf die einzelnen Menschen kann halt nicht so gut eingegangen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, bei einem Online-Kurs wird gar nicht drauf eingegangen, aber dadurch, dass die meisten Menschen, die Online-Kurse machen, ja vorher auch schon richtig unterrichtet haben und richtige Workshops machen oder gemacht haben, gehen die natürlich auf die ganzen Fragen ein, die so mit der Zeit immer mal wieder aufgekommen sind. Das heißt, dir werden alle Antworten feinsäuberlich präsentiert und wenn du dann doch noch eine Frage hast, die jetzt nicht beantwortet wird, dann hast du meistens noch E-Mail-Support oder Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas oder kannst die Leute dann auch auf Instagram oder Twitter oder so fragen und da wird dir dann meistens auch noch geholfen. Du kannst ja nicht irgendwie deinen Professor nachts um eins anrufen oder einen Tweet schreiben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er dann antwortet. Kalligrafie kann man zum Beispiel mit Vorlagen lernen und das liebe ich ganz besonders. So viele verschiedene Kalligrafie-Schriften, wie es gibt, so viele unterschiedliche Übungsblätter gibt es natürlich auch. Es ist logisch, oder? Natürlich brauchst du eine andere Vorlage für gotische Textur, als du für englische Schreibschrift brauchst. Wenn du die Vorlagen erst einmal hast, dann kannst du damit gut üben und du siehst darauf ganz genau, wie ein Buchstabe auszusehen hat und je nachdem, wie die Übungsblätter aufgebaut sind, kannst du dann eben mit Transparentpapier oder direkt auf dem Übungsbogen oder beides eben üben und du siehst dann zum Beispiel auch, in welcher Reihenfolge welche Striche gemacht werden, sowas wird dann immer in diesen Übungsbögen genau erklärt, meistens mit Pfeilen und Zahlen dran und so wird einem dann Schritt für Schritt erklärt, wie man so ganz langsam sich seinen Buchstaben konstruiert. Manche Kalligrafie-Schriften werden eben eher konstruiert, manche mehr gemalt und manche tatsächlich dann geschrieben, wobei sie dann auch mehr gemalt sind, würde ich sagen. Und an diesen Übungsbügen siehst du dann eben ganz genau, wenn deine Proportionen nicht stimmen oder wenn du jetzt mal, also wie die Proportionen überhaupt sind und was dein Ziel ist, wie deine Schrift aussehen soll, wenn du einmal nicht die Vorlagen benutzt. An den Vorlagen kannst du dich eben gut orientieren und dann selbst von Hand üben und dich immer mehr diesen Vorlagen, den Proportionen, der Reihenfolge und so weiter annähern. Manchmal hat man auch das Bedürfnis, einen Buchstaben in einer anderen Reihenfolge zu machen, aber das ist dann eben nicht richtig und führt dazu, dass man Fehler machen kann, also sich dann auch so einschleichen. Meist sind die Buchstaben wirklich schon so konzipiert, also in den Übungsbüchern so angelegt, dass du, wenn du die richtigen Bögen alles in der richtigen Reihenfolge machst, dass du dann eben das schöne Ergebnis bekommst und ansonsten hauen halt manche Sachen nicht hin, weil du so Orientierungslinien nicht hast. Nach ungefähr 100 Stunden üben oder so, keine Ahnung, dann habe ich natürlich auch Übungsbücher, Übungsbögen gemacht, die findest du bei mir auf der Seite, also einfach fabcafé.de und dann steht da irgendwas mit Kurse und Lernen und dann kannst du da mal gucken, aber darum soll es ja gar nicht gehen, denn den nächsten Abschnitt in der Nenne, ach man, ich kann nicht reden, den nächsten Abschnitt nenne ich dann mal Kalligrafie lernen für Anfänger. Beim Lernen von Kalligrafie ist es super wichtig, von Anfang an die richtige Technik zu haben und die richtige Reihenfolge und das richtige Material nicht unbedingt, aber eher die richtige Reihenfolge, die richtige Technik, die richtigen Proportionen. Wenn du einmal dir falsche Techniken angewöhnt hast, ist es halt sauschwer, die rauszubekommen. Deswegen von Anfang an, von Anfang an richtig lernen. Es ist halt auch super frustrierend, wenn man etwas ewig lange geübt hat und dann merkt man, dass es nicht richtig ist und ja, dann vergeht einem halt auch oft einfach der Spaß da dran und dann muss man sich doppelt quälen und motivieren und disziplinieren, damit das dann wieder was wird. Dann möchte ich dir jetzt folgend etwas über die Handhaltung erzählen. Ich zeige dir das mal an mir mit meiner kleinen Hand. Da ich Rechtshänder bin, kann ich das natürlich in diesem Fall nur für Rechtshänder machen, aber das Internet zeigt dir sicherlich auch, wie du das für Linkshänder machen kannst. Also ich fange mal ganz einfach an mit der Handhaltung für Brushpens. Brushpens hält man im Prinzip wie jeden normalen Stift auch, allerdings ist man hier flexibel in der Stifthaltung, da man mal mehr und mal weniger fest aufdrückt. Die Stifte werden generell etwas flacher gehalten, damit man leichter die volle Breite der Pinselspitze ausnutzen kann. Als zweites gehe ich ein auf die Haltung für Spitzfedern im Federhalter. Elastische Spitzfedern werden wir gewöhnlich zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. Der Mittelfinger liegt als Stabilisierung unterhalb des Federhalters. Mit dem Kleinfinger und dem Ringfinger stabilisieren wir die Hand über dem Blatt. So können wir feine Justierungen vornehmen, während wir schreiben. Es ist nötig, damit wir gleichmäßig und kontrolliert Druck auf die Feder geben können. Hier sagen historische Lehrbücher, dass man die Banzugfeder mit dem Mittelfinger und dem Daumen hält. Der Zeigefinger wird dann nur noch zur Stabilisierung auf dem Federhalter abgelegt. Meine persönliche Präferenz ist es allerdings, den Federhalter zwischen Zeigefinger und Daumen zu halten und mit dem Mittelfinger von unten zu stabilisieren. In beiden Versionen liegt dein Kleinfinger dazu, den Abstand zwischen Hand und Blatt zu kontrollieren. Den Schönschriftfüller halten Viele Schönschriftfüller wie der Lamy Joy haben Mulden, die dir dabei helfen, deine Finger richtig zu platzieren. Manche haben einfach runde Griffstücke. Hier gilt, halte den Schönschriftfüller so, wie du einen normalen Füller halten würdest. Du nimmst den Schrift zwischen Zeigefinger und Daumen und stabilisierst ihn mit dem Mittelfinger. Jetzt geht es ums Material und das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Es gibt viele verschiedene Sets, es gibt viele verschiedene Stifte und viele verschiedene Federn und viele verschiedene Materialien. Und jetzt schauen wir mal, was zu was gehört. Ich beginne mit dem Schönschriftfüller, dem Kolben, der Tinte und dem Schreibpapier. Da Füllfederhalter dauerhaft mit Tinte gefüllt sind, muss die Tinte, die hier eingesetzt wird, ein bisschen flüssiger sein. Also flüssiger als die Tinte, die man zum Beispiel hier mit so einer Feder benutzt. Bei einem Füller, der jetzt zum Beispiel der von Lamy Joy ist, kann man die Funktion eines Kolbenfüllers nachbauen, integrieren, nachpatchen auf Englisch. Das machst du, indem du einen Konverter einfügst und die ersetzen den Kolben bei einem Kolbenfüller. Da kannst du dann auch die Tinte mit aufziehen, ihn wie eine Tintenpatrone dann einstecken und dein Füller bekommt dann die Tinte, die du gerne haben möchtest. Denn erstens sind ja die Patronen, die man so kaufen kann, überhaupt nicht nachhaltig und zweitens ist die Farbauswahl auch gar nicht mal so gut. Außerdem sind Lamy Patronen halt echt teuer. Ich habe daher in ein paar Konverter für meine Füller investiert. Das hat halt ein bisschen Startkapital quasi gekostet, aber seitdem kann ich einfach jede Tinte benutzen, die mir so in den Sinn kommt, die ich haben möchte und einfach jede Füllertinte, die man so im normalen Schreibbedarf bekommt, kann ich dafür benutzen. Mit einer elastischen Spitzfeder im Federhalter kann man so Schreibschriften wie Copperplate, aka an Glace, englische Schreibschrift schreiben. Und dafür brauchst du eben einen Federhalter, die passende Spitzfeder, die richtige Tinte und gutes Papier. Bei den Federn ist darauf zu achten, dass sie nicht kratzen, dass sie die Farbe gut halten und auch gut abgeben. Federhalter haben diese Klammer innen drin, da kannst du die Feder dann reinstecken und da solltest du darauf achten, dass die Feder tief genug drin steckt und ansonsten könnte sie einfach rausfallen. Und du solltest auch darauf achten, dass die Feder relativ fest steckt, denn du möchtest ja nicht, dass die Feder beim Eintunken in die Tinte einfach ins Tintenfass fällt oder beim Schreiben einfach aufs Blatt fällt, das wäre natürlich echt ungünstig. Das mit den Spitzfedern funktioniert so, dass du mit ganz, ganz leichtem Druck die Striche nach oben zeichnest und mit ein bisschen Druck die Striche nach unten. Dadurch wird dann die Feder aufgespreizt, da sie ja elastisch ist, also sie hat ein elastisches Material und dann geht die Spitze so nach außen und dann ziehst du einen dickeren Strich und wenn du dann den Druck wieder loslässt, dann geht die Spitze wieder zusammen und dann machst du den Strich nach oben. Und da musst du darauf achten, dass du der Feder nicht zu viel abverlangst. Also mit ein bisschen Übung bekommt man dann natürlich ein Gefühl für die einzelnen Federn. Es gibt ganz unterschiedliche Federn, welche die sehr elastisch sind, manche die kaum elastisch sind und je nachdem, welche Schrift du eben schreiben möchtest oder wie groß, da muss man halt ein bisschen rumprobieren, was einem liebt und generell ist zu sagen, dass man eben keine Gewalt ausübt, sonst kann eben so ein Beinchen von der Feder abbrechen und dann ist sie halt im Eimer. Ich persönlich bin kein Fan von Kalligrafie-Geschenksets, aber für manche Leute sind sie eben geeignet. Und zwar, wenn man zum Beispiel noch gar keine Ahnung hat, ob einem das generell liegt, dann kann man so ein Geschenkset nehmen. Da sind ja meistens ein Federhalter und ein paar nicht so gute Federn drin und eine Tinte, die meistens auch nicht so gut funktioniert. Aber um erstmal zu schauen, ob einem das Handling so liegt, ob man daran Spaß hat, kann man das natürlich mal machen, denn so ein Set ist meistens halt günstiger, als wenn man jetzt die Sachen einzeln kauft. Vor allem weiß man eben vorher nicht, welche Federn man haben möchte. Also es gibt eben unterschiedliche, tausende, ich weiß gar nicht wie viele Federn. Ich selbst habe auch schon keine Ahnung wie viele Federn. Also es kommt eben immer darauf an. Und zum ersten Test ist so ein Geschenkset sicherlich ganz nett. Wenn wir mit der Spitzfeder ein bisschen üben wollen, also einfach nur so, jetzt nicht konkrete Buchstaben, sondern erstmal so für uns zum Üben, dann können wir ein Dot Pad benutzen, also ein punktkariertes Blatt oder ein Punktraster. Das ist einfach wie ein Karopapier, nur dass nur in den Stellen, wo sich die Linien kreuzen, da ist ein kleines Pünktchen anstatt die Linien. Das heißt, wir haben eben ein Raster, an dem wir uns orientieren können, aber diese nervigen Linien sind nicht da. Die sind halt viel zu dominant und die brauchen wir auch gar nicht. Von Rodia gibt es natürlich ein gutes Papier, das benutze ich sehr gerne dafür. Da kann man sehr schön drauf üben. Ich verlinke das dann unter dem Video. Und bei der Feder sollte man, wenn möglich, darauf achten, dass man eine Feder nimmt, die nicht zu arg kratzt. Denn wenn sie halt viel kratzt, dann kann es passieren, dass sie die Fasern aus dem Papier rausreißt und dann bekommt unsere Schrift halt ganz viele kleine Ärmchen und dann ist halt so ausgefranst und das wollen wir natürlich nicht. Und vor dem allerersten Benutzen stecken wir unsere ganz frisch gekaufte Feder erst einmal in eine frische Kartoffel, denn, aber wirklich nur ganz kurz, die Feder hat so von ihrer Produktion heraus so eine kleine, ganz dünne Wachsschicht um sich rum und die führt dazu, dass sie erstens nicht rosten kann, was natürlich gut ist, wenn sie gelagert wird. Zweitens führt das halt dazu, dass die Tinte einfach wieder von der Feder runterrutschen kann und das ist zum Schreiben halt echt blöd. Die Tinte, die wir zum Schreiben mit der Spitzfeder benutzen, ist generell ein bisschen dicker als die normale Tinte, die wir im Füller haben, denn die muss ja nicht ewig lange in diesem Füller mit den ganz feinen Löcherchen drin sein, sondern wird eben für die Tinte benutzt und muss an der Feder haften bleiben. Deswegen ist sie ein bisschen dicker und das macht den Unterschied zwischen Füller-Tinte und Kalligrafie-Tinte aus. Man kann auch Zeichentusche benutzen, die ist auch immer ganz gut geeignet, da sie auch so ein bisschen dickflüssiger ist und eben auch gut an der Feder haften bleibt. Wenn man gebrochene oder gotische oder altdeutsche oder andere breite Kalligrafien schreiben möchte, dann braucht man eine Breitfeder oder eine Bandzugfeder, also ist beides der gleiche Begriff für das gleiche Ding. Bandzugfedern werden natürlich auch mit einem Federhalter benutzt und benutzt die gleiche Tinte wie bei einer Spitzfeder auch. Und auch hier steckst du sie erstmal in eine frische Kartoffel und dann kannst du nur schreiben. Um etwas gleich vorwegzunehmen, natürlich können wir auch die Tinte für einen normalen Füller benutzen, aber da sie halt dünnflüssiger ist, kann es sein, dass sie dann so quasi mit einem Rutsch von der Feder runterrutscht und dann halt einen Klecks auf dem Papier hinterlässt. Oder es kann sein, dass es halt sehr häufig passiert, jedenfalls mir, wenn ich das versuche. Aber manchmal will ich halt einfach die schönen Farben haben. Dann gibt die Feder am Anfang zu viel von dieser dünnflüssigen Tinte ab, das heißt die Schrift wird tendenziell eher ein bisschen dicker, weil ich es nicht so gut kontrollieren kann. Und dann nach ein paar Strichen ist die Feder quasi leer gesaugt und dann habe ich ganz kurz so feine Linien, wie ich sie eigentlich hätte haben wollen. Und deswegen benutze ich nicht so gerne die normale Füller-Tinte. Kalligrafie-Federn einsetzen ist eigentlich ganz einfach. Spitz- und Banzugfedern werden nach der ersten Reinigung, du ernährst dich an die Kartoffel, in die Halterung des Federhalters eingesetzt. Dazu werden die Federn vorsichtig in die metallen Klammer geschoben. Und die Feder sollte mit etwas Widerstand in den Federhalter montiert werden, sodass sie hinterher halt nicht wackelt. Also es soll jetzt nicht schwer sein, aber eben auch nicht ganz einfach. Man kann natürlich neuerdings auch mit dem Brush Pen kalligrafieren. Das ist dann Brush Calligraphy oder Pinselstift Kalligrafie. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Das ist eine sehr moderne Art des Kalligrafierens, da wir eben dieses neue Medium dafür benutzen. Dafür benutzt man einen kleinen Brush Pen und wir bekommen dadurch den Effekt von der englischen Schreibschrift zum Beispiel. Also es sind dann sehr elegante Schreibschriften, die wir damit machen können. Durch die kleine, feste Spitze eignet sich der zum Beispiel Pentel Brush Pen auch für Anfänger, da die Spitze sehr stabil ist. Mit der Brush Calligraphy lassen sich gute Effekte erzielen. Man kann damit mit ein bisschen Übung genauso Copperplate schreiben wie mit einem Füller. Also wie mit einer Feder meine ich natürlich. Ich finde es eigentlich recht empfehlenswert, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht so geschickt damit, dass mein Tintenfass nicht umfällt oder den Druck zu kontrollieren oder oder oder. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man das mal ausprobiert. Mit der Spitzfeder kann man natürlich dann den gleichen Effekt erzielen und es wirkt dann alles noch ein bisschen eleganter, da man eben auch andere Tinten benutzt. Man sieht halt schon einen Unterschied zwischen einem Brush Pen und Feder und Tinte. Und man kann halt auch andere Oberflächen damit beschreiben. Je nachdem, welche Tinte man benutzt, man kann quasi quasi alles benutzen. Und in einem Brush Pen kannst du eben nur das benutzen, was in einem Brush Pen drin ist. Dafür eignen sich halt je nach Untergrund mal die Feder und mal der Brush Pen mehr. Das muss man halt für sich ausprobieren. Um Calligraphie zu erzeugen, die so ein bisschen mittelalterlich ist, würde ich sagen, dass das immer mit so Schriften wie Fraktur oder Gurtisch Textur verbunden wird. Dafür braucht man dann eben die entsprechenden Übungsblätter. Die haben gar nichts mit Calligraphie in Copperplate zu tun. Das sind dann komplett separate Übungsbücher. Ich würde da echt empfehlen, dass man mit der Antiqua anfängt, da sie wirklich relativ leicht noch ist. Sie ist sehr gerade. Sie verzeiht relativ viele Fehler. Und man kann dann erstmal so reinkommen, mit der Bandzugfeder zu arbeiten. Aber natürlich, ich weiß es ja, die meisten möchten direkt die richtig geilen Schriften lernen. Dann fängt man halt mit der Gurtisch Textur an. Aber das ist dann halt wie dieses Beispiel, das ich am Anfang gebracht habe, dass man direkt mit dem Weitsprung anfängt, ohne laufen zu lernen. Und das, naja, man kann es probieren, ne? Also, huch, hallo Katzi! Wenn wir Calligraphie lernen, dann ist es wichtig, dass wir wirklich diszipliniert hingehen und erstmal uns mit dem Material vertraut machen. Die ersten Grundstriche üben und dann wirklich Buchstaben echt sau oft üben. Bei den Vorlagen, die wir benutzen, ist es zum Beispiel ziemlich wichtig, dass wir uns gute Vorlagen suchen, also dass sie nicht zu klein und verpixelt sind, dass sie einen guten Kontrast haben, also dass wir auch gut sehen, wo jetzt wirklich der Buchstabe ist. Man findet halt viele Vorlagen, gerade bei Copperplate und so, die sind vor, keine Ahnung, ewigen Zeiten zu Anbeginn des Internets mal hochgeladen worden und die haben eine ganz furchtbare Bildqualität. Und ich habe mal versucht, damit zu arbeiten und das macht halt echt keinen Spaß. Aber es gibt ja zum Glück das Internet mit ganz vielen neuen Vorlagen, die erstellt wurden, auch jetzt als PDFs zum Beispiel. Und ich würde echt empfehlen, dann nach sowas Ausschau zu halten. Man kann es natürlich probieren, durch Bilder im Internet sich dann irgendwie kostenlos diese Sachen zu suchen. Aber es ist natürlich viel einfacher und schneller und effizienter, wenn man halt wie so ein Zehner ausgibt und dann hat man Unterlagen, die extra dafür gemacht sind, dass man das lernt. Und das ist halt ja viel einfacher und viel schöner und das macht halt auch einfach mehr Spaß. Also mich persönlich nervt das immer ziemlich, wenn ich irgendwas recherchieren muss und dafür gibt es nicht so viele Informationen oder gute Bilder. Und es gibt natürlich zwei verschiedene Arten, wie man lernen kann. Das eine ist durch Abhausen, was jetzt nicht schlecht ist. Also jetzt nicht aufregen, Abhausen ist echt gut. Die andere Methode ist nachkonstruieren. Und das Abhausen funktioniert so, dass du eine Vorlage hast. Einmal, dann wird dir einmal erklärt, wie das funktioniert. Und dann hast du zum Beispiel ein ganzes DIN-A4-Blatt mit Lücken und dem Buchstaben. Und die Lücken konstruierst du dann selbst und dann hast du wieder den Buchstaben zum Abhausen. Und so kannst du dann dein Muskelgedächtnis trainieren. Also deine Hand lernt ja dann, wie der Buchstabe funktioniert. Und so kannst du das dann schneller lernen, als wenn du jetzt einfach nur das abzeichnest. Weil du eben, du merkst dann ja, wenn du den Strich eigentlich woanders machen möchtest, aber die Vorlage sagt dir, er ist aber da, dann merkst du das ja. Und dann geht das viel schneller in dein Gehirn, als wenn du das einfach nur so nachmalst und dich dann fragst, hm, wie sieht das anders aus? Ja, die zweite Methode ist halt das Nachkonstruieren, bis man die Form verinnerlicht hat. Und das kann halt echt eine Weile dauern. Also das ist dann so Trial and Error. Also du versuchst es und du scheiterst. Und das kann sehr frustrierend sein, bis man da die richtige Form bekommt. Das geht aber natürlich auch, vor allem wenn man halt keine guten Vorlagen hat, die winzig klein sind, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Und dann muss man halt per Augenmaß entscheiden, ob die Sachen so stimmen oder nicht. Dann habe ich jetzt ganz zum Schluss nochmal ein paar Vor- und Nachteile zum Kalligrafieren als neues Hobby. Zusammengetragen, das sind natürlich meine ganz persönlichen Vor- und Nachteile. Es würde mich mal interessieren, ob du andere siehst. Also meine Vorteile. Ich finde Kalligrafie ist sehr beruhigend. Wenn man lange kalligrafiert, dann hat das positive Auswirkungen auf die eigene Handschrift. Man hat wirklich im Gegensatz zu anderen Hobbys sehr geringe Materialkosten am Anfang. Es ist super flexibel, weil man einfach jederzeit anfangen kann. Man braucht ja bloß das Material. Und es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel in eine Tanzschule geht und man hat dann feste Termine, wo wieder ein neuer Kurs anfängt. Man kann halt wirklich dank Internet einfach immer beginnen. Und man hat halt wirklich dann, wenn man es macht, wunderschöne Ergebnisse. Das heißt, man hat wirklich etwas in der Hand. Das ist immer voll schön, wenn man sowas gemacht hat. Es gibt natürlich auch Nachteile. Ich finde gerade am Anfang, wenn man keine guten Vorlagen hat, dann ist es echt leicht frustrierend. Es ist natürlich, bis man die Grundlagen drauf hat, ist es schon durchaus zeitintensiv. Also bis man richtig gute Ergebnisse hat, mit denen man dann zufrieden ist, kann es eine Weile dauern. Und Kalligrafie ist halt echt nichts für ungeduldige oder sehr ungeschickte Menschen. Man braucht schon ein bisschen so ein Feingefühl. Natürlich kann man das auch langsam entwickeln, aber ich denke, dann hat man eher nicht so die Geduld dafür. Also wenn man doch mehr so ein ruhiger Mensch ist, so wie ich, dann würde ich sagen, go for it. Kalligrafie könnte genau dein neues Hobby sein. Ausprobieren würde ich sagen. Das war's für heute und vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Das ist bewundernswert. Ich glaube, das Video ist relativ lang geworden. Wenn du bis hierher geschaut hast, dann hinterlass mir doch ein Herz-Emoji in den Kommentaren von YouTube oder in meinem Blog. Dann weiß ich, du hast das Video bis hierher geschaut. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Adieu! 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 Vielen Dank.